Uh, Globi, das, das ist unheimlich. Das ist ein Zauberschiff. Wieso? Das fährt nicht. Das, das fliegt. Globi, wir sind in der Luft. Das ist eben ein Luftschiff. Wenn das nur gut rauskommt. Wieso? Das ist doch rassig. Globi und Käpt'n Bumm, die fliegen um die Welt herum, rund um die Welt herum. Ich dachte, es wird immer kälter. Wir fliegen Richtung Norden. Was sind denn das für weisse Häufen da unten? Häufen, Häufen, das sind Eisberge. Eisberge? Ja, wir sind in der Nähe von Grönland. Wenn das so weitergeht, fliegen wir über den Nordpol. Aber es geht nicht so weiter. Schau, Käpt'n Bumm, unser Luftschiff sinkt. Ganz tatsächlich. Hoffentlich tätschen wir auch keinen Eisberg an. Nur keine Angst. Ich zeige ihm den Weg mit meinem Zauberstab. Jetzt links herum. Jetzt rechts herum. Und... Schon sind wir auf dem Wasser gelandet.